Wie verwendet ihr die dazugehörigen Auffangwannen? Achtet darauf, dass ihr bei den Kanistern immer die dazugehörigen Auffangwannen mitverwendet. Es gibt zwei sehr wichtige Gründe für den Einsatz dieser Wannen. Zum einen, es muss und wird dadurch die Vermischung von Chlor und pH verhindert. Wenn diese beiden Flüssigkeiten miteinander vermischt werden, können giftige Gase entstehen. Das ist der eine Grund, der Hauptgrund. Der zweite Grund ist, dass ihr mit diesen Auffangwannen auch euren Boden schützt. Wenn ihr die Kanister tauscht, achtet bitte darauf, dass ihr die nacheinander tauscht. Dadurch wird auch die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. Erst den Chlor-Kanister anschließend an die Chlor-Desinfektion. Danach den pH-Kanister anschließend an die pH-Desinfektion. Oder eben andersrum, wichtig, nacheinander. Beim Hattieren mit Kanistern achtet auch darauf, dass ihr die ausreichende Schutzkleidung tragt. Und beachtet die Hinweise und Sicherheitshinweise, die auf den Etiketten angebracht sind. Und die für das nächste Jahrzehnte. Und das ist die rote Heimat. Und jetzt ist das해� Hyundai. Und das ist das eine Realität der Schachtensenvironung. Und das ist das, was wir jetzt sehen, ist das Rote der Haut. Sie ist das, was wir hier sehen. Und jetzt ist das, was wir sehen. Untertitelung des ZDF, 2020